Moin, ich bin die Jules und das ist der Dominik und das da ist unser Campervan, der Bernd. Und wir haben Bernd vor einem Jahr als DIY Selfmade Campervan ausgebaut und ja, da wir so ein bisschen Fable dafür haben, auch an Stellen zu stehen und zu fahren, wo man eben ja vielleicht nicht mit betonierten Straßen hinkommt, haben wir Bernd ein bisschen gepimpt und haben ihm so ein paar Offroad Schlappen verpasst, haben ihn ein bisschen höher gelegt, aber es ist und bleibt ein Heckantrieb und wir haben kein Allrad und damit wir mit dem Van auch mal abseits der Straßen fahren können und einfach auch wissen, was mit dem Wagen so möglich ist, sind wir heute im Offroad Park am Nürburgring und haben uns professionelle Hilfe dazu geholt und die zeigen wir euch jetzt mal. Das da ist der Jogi. Das ist der Jogi und der Jogi ist Instructor hier im Offroad Park am Nürburgring. Ich glaube, keiner kennt den Park besser als er und er wird uns heute zeigen, was wir mit unserem Van tatsächlich alles anstellen können und ja, uns sicherlich auch mal einen Plan B für gewisse Situationen liefert, wo wir vielleicht einfach nicht mehr weiterkommen würden und wie das Ganze aussieht und ja, was man tatsächlich mit so einem normalen Campervan mit Heckantrieb alles machen kann, das seht ihr einfach jetzt im folgenden Video. Also viel Spaß beim Schauen! So Leute! Was war das bitte für eine krasse Action gerade? Also ich hätte niemals gedacht, dass wir mit unserem Camper, mit dem Crafter, mit dem Heckantrieb so weit kommen im Gelände. Also das hat so viel Spaß gemacht auch, das ist der absolute Hammer. Ich meine, klar, man fährt immer mal irgendwie einen Feldweg oder einen Waldweg oder sowas, aber das, was wir hier gerade gelernt haben und was wir von Jogi beigebracht bekommen haben, ist einmalig. Die Erfahrung nimmt uns definitiv keiner mehr. Wenn wir jetzt euer Interesse geweckt haben, dass ihr sagt, boah geil, das will ich auch mal machen mit meinem Campervan, aber ich weiß nicht, wo ich sowas machen soll. Wir haben jetzt die Lösung für euch und zwar, wir bieten euch ein individuelles Offroad-Training mit euren Campervans an, hier im Offroadpark am Nürburgring. Es wird ein mega geiles Wochenende inklusive Übernachtung auch am Campingplatz hier im Nürburgring. Das heißt, wir werden zwei Tage zusammen verbringen, haben zwei Trainer am Start, haben circa acht bis zehn Stunden wirklich Zeit für euch, für eure Vans, für eure Fragen. Das wird einfach nur ein richtig, richtig geiles Wochenende. Wichtig zu wissen, wir haben nur Platz pro Training für fünf Vans, weil das Ganze extrem individuell gehalten ist und die Trainer natürlich auch auf eure Bedürfnisse eben eingehen möchten. Deswegen könnt ihr euch einfach bei www.freundship.de in der Kategorie Offroad-Training zu diesem Training eben anmelden. Dort findet ihr auch alle weiteren Informationen dazu, Kosten und so weiter. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt uns gerne eine Mail, lasst auch gerne einen Kommentar unter diesem Video da. Wir versuchen euch alle Fragen zu beantworten und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst uns deswegen gerne mal einen Daumen hoch da. Jules hat übrigens kein GIFs mehr, habt ihr das gerade gesehen? Mega nice. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020